Nachdenkseiten Die kritische Website Die drohende Herrschaft des Verdachts Der Digital Services Act der EU Ein Kommentar von Tobias Riegel Mit sprachlichen Verdrehungen, die an George Orwell erinnern, wird der Digital Services Act DSA der EU angepriesen, der die Löschung von Inhalten erleichtern soll. Er wird im Februar in Kraft treten mit massiven Folgen für die Meinungsfreiheit. Laut Kritikern könnten Zensur, Selbstzensur und eine allgemeine Herrschaft des Verdachts Folgen des DSA sein. Einen interessanten und ausführlichen verlinkten Artikel zum Digital Services Act der EU hat der Richter im Ruhestand Manfred Kölsch auf der Plattform Netzwerk kritische Richter und Staatsanwälte verfasst. Kürzere Versionen des Textes finden sich auch in der Berliner Zeitung und auf der Website des Journalisten Norbert Hering. Der Artikel ist eine gute Grundlage, um sich mit der wichtigen Materie des DSA vertraut zu machen. In diesem Zusammenhang soll hier auch auf das Medienfreiheitsgesetz hingewiesen. Dieses, den DSA indirekt ergänzende Gesetz, hat Florian Warwick kürzlich in einem verlinkten Artikel beschrieben. Ein Fazit, Zitat. Zudem wird darauf verwiesen, dass das Gesetz gleich mehrfach mit Grundsätzen der Pressefreiheit breche. So werde eine behördliche Aufsicht über die Presse etabliert, bei der auch noch die EU-Kommission mitreden wolle. Zudem sollen Verlage nicht mehr über redaktionelle Inhalte entscheiden dürfen, aber weiter für alle Inhalte voll verantwortlich sein. Und im Internet werde die Zensur legaler Presseveröffentlichungen durch die digitalen Torwächter gesetzlich gebilligt und festgeschrieben. Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung Das Medienfreiheitsgesetz trägt die an George Orwells Neusprecherinnernde Praxis, Begriffe in ihr Gegenteil zu verkehren, bereits im Namen. Der DSA, der laut Kölsch im Februar in vollem Umfang als EU-Verordnung 2022-2065 in Deutschland in Kraft treten soll, bedroht in seiner jetzigen Fassung meiner Meinung nach ebenfalls massiv die Meinungsfreiheit in der EU. An der öffentlichen Wahrnehmung vorbei solle vorher durch den Bundestag noch das DSA-konkretisierende Digitale-Dienste-Gesetz DDG beschlossen werden. Diese Gesetzgebung über digitale Dienste, so Kölsch, sei ein trojanisches Pferd. Es trage eine Fassade zur Schau, die demokratischen Grundsätze zu achten. Beispielsweise bestimme Artikel 1 DSA, jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Es ereignet sich ein Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung, der weitgehend unbemerkt bleibt, wahrscheinlich aufgrund der hohen Komplexität der Materie. So Kölsch erfährt fort. Wegen der Komplexität der Materie, der wie ein Ablenkungsmanöver wirkenden allgemeinen Informationsflut, bleibt der Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung unbemerkt. Der DSA eröffnet die Möglichkeit, auch nicht rechtswidrige Eintragungen auf sehr großen Online-Plattformen und Suchmaschinen für löschungspflichtig zu erklären. Zitat Ende. Ein zentrales Problem des DSA sei, dass Beiträge, obwohl es keinen Zweifel geben könne, dass falsche, irreführende oder gar unbequeme Eintragungen nicht rechtswidrig sein müssten, dennoch auf der Grundlage des DSA jederzeit als rechtswidrig erklärt werden könnten. Das würde bedeuten, dass politisch unliebsame Meinungen ja wissenschaftlich argumentierte Positionen gelöscht werden können. Kölz spricht zudem nicht nur von der praktisch ausgeübten Zensur, die der DSA bei großen Plattformen forcieren könne, dazu komme die potenzielle ausgelöste Selbstzensur. Zitat. Bei einer Einstufung als rechtswidrig drohen soziale Konsequenzen. Der Bürger unterwirft sich selbst der inneren Zensur. Er wird dazu gedrängt, seine Inhalte an dem auszurichten, was in den aktuellen politischen Meinungskorridor passt. Zensieren für die Redefreiheit Ein zentrales Element des DSA ist laut Bundesregierung, das Gesetz über digitale Dienste erleichtert die Entfernung illegaler Inhalte und schützt die Grundrechte der Nutzerinnen und Nutzer. Hierunter fällt auch die Redefreiheit im Internet. Zitat Ende. Hier ist sie wieder. Die Orwell'sche Sprachregelung von der Entfernung von Inhalten zum Schutz der Redefreiheit. Zunächst geht es meiner Meinung nach beim DSA um die Erleichterung von Zensur und das Gegenteil von Redefreiheit. Die zentrale Frage hier ist, was sind illegale Inhalte, deren Entfernung erleichtert werden soll und wer wacht über diese Definition? Das fragt auch Kölsch im hier betrachteten Artikel. Durch eine fehlende inhaltliche Begrenzung der Tatbestände drohe eine Herrschaft des Verdachts, die nach dem Ausklingen der Corona-Zeit auf alle möglichen Felder des öffentlichen Lebens ausgedehnt werden könnte. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.